Hallo! Weißt du, was ein Friedfisch ist und wie er körperlich an seine Ernährungsweise angepasst ist? Wodurch unterscheidet sich ein Friedfisch von einem Raubfisch? Und haben irgendwann die Raubfische alle Friedfische aufgefressen? All das erfährst du in diesem Video. Was ist denn eigentlich ein Friedfisch? Ein Friedfisch lebt relativ friedlich, was aber nicht heißt, dass Friedfische reine Vegetarier sind. Friedfische ernähren sich von Pflanzenteilen, aber auch von Kleintieren wie zum Beispiel Würmer, Krebse und Schnecken. Manchmal schnappen sie auch nach Insekten und Pflanzensamen, die auf die Wasseroberfläche gefallen sind. Zum Beispiel Mücken oder die Samen von Bäumen oder Sträuchern. Friedfische greifen also keine ... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.